Jetzt schon seit fast einem Jahr mache ich meine Ausbildung hier bei der VRM als Medienkauffrau für Digital und Print. Wir sind eines der führenden Medienhäuser im Rhein-Main-Gebiet. Die meisten von euch hatten bestimmt schon mal eine unserer Zeitungen in der Hand. Während den zweieinhalb Jahren meiner Ausbildung durchlaufe ich fast alle Abteilungen und lerne so die unterschiedlichen Facetten des Betriebs kennen. In meiner Freizeit spiele ich Handball bei der Eske-Pretzenheim. Seit elf Jahren bin ich Teil des Zeltlagers der katholischen Jugendmeins Ebersheim. Zuerst bin ich fünf Jahre als Kind mitgefahren, dann als Kirchenmädel, Gruppenleiterin und Kirchenleitung. Mittlerweile habe ich meinen Traumstoff gefunden, die Spieleleitung. Wir sind zuständig für das Planen des gesamten Programms und organisieren der Spiele und Aktionen. Dieses Jahr schicken wir die knapp 70 Kinder auf ein Abenteuer durch den Dschungel. Von Begegnungen mit Stammeshäuptlingen und Willentieren, des Mensch-Erre-Dich-Nicht mit echten Personen und der allseits beliebten Kinder-Disco werden wir ihnen wieder einiges bieten. Da ich während meiner Schulzeit lange als Streitschüchterin tätig war, setze ich mich auch hier in der VRM als Jugend- und Auszubildendenvertreterin für die anderen Azubis ein. Meine beiden Kollegen und ich planen zum Beispiel Aktionen, um den Zusammenhalt zwischen den Azubis zu stärken. Nach dem Abi habe ich mit einer Freundin zusammen eine Weltreise gemacht. Wir waren drei Monate unterwegs in Neuseeland, Pichy, Vietnam, Kambodscha und Thailand.